As-salamu alaykum wa rahmatullah und herzlich willkommen kleiner Muslim. Allah sagt im Koran zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Taasimim Tilka ayatul kitabil mubin Natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi li qawmi yu'minun Taasimim Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir verlesen dir von der Kunde über Musa und Fir'aun, der Wahrheit entsprechend, für Leute, die glauben. Allah erzählt dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam im Koran die Geschichte von Musa und Fir'aun. Allah spricht immer nur die Wahrheit und so hat er seinem Propheten diese Geschichte erzählt, die passiert ist, lange bevor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gelebt hat. Und da der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uns den Koran weitergegeben hat, können auch wir heute diese wahre Geschichte hören. Alhamdulillah. Kleiner Muslim, gehen wir also mit unseren Gedanken mal viele, viele Jahre zurück. In eine Zeit, lange bevor wir gelebt haben. Und eine Zeit, lange bevor unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gelebt hat. Wir gehen nach Ägypten, wo ein sehr, sehr böser und ungerechter König geherrscht hat. Fir'aun, der auf Deutsch Pharao genannt wird. Fir'aun hat nicht an Allah geglaubt. Er war hochmütig, stolz und hat Allah nicht gehorcht. Er hat sein Volk ungerecht behandelt und wollte alles haben, was er in diesem Leben bekommen konnte. Aber das nächste Leben, was besser ist und was für immer andauern wird, war ihm ganz egal. Darauf wollte er sich nicht vorbereiten. Fir'aun wollte alleine über alles bestimmen. Er wollte entscheiden, wer was tun darf und wer was nicht tun darf. Er wollte, dass alle Leute nur das tun, was er sagt und nicht das, was Allah den Menschen befiehlt. Und er wollte darüber entscheiden, dass es manchen Leuten auf der Erde gut gehen soll und manchen schlecht gehen soll. Er hat die Menschen getrennt und zu verschiedenen Gruppen gemacht, obwohl doch Allah alle Menschen erschaffen hat. Es gab auf der einen Seite die Leute, die von Fir'auns Volk waren, die Ägypter, die Kopten genannt wurden, was damals einfach nur bedeutet hat, dass sie aus Ägypten kommen und die ägyptische Sprache sprechen. Und auf der anderen Seite gab es dort die Nachkommen vom Propheten Jakob. Du erinnerst dich bestimmt. Jakob war der Sohn von Ishaq, der wiederum einer der Söhne des Propheten Ibrahim war. Und Jakob hatte Kinder und seine Kinder hatten wieder Kinder und immer so weiter, bis es ganz, ganz viele wurden, die alle Nachkommen vom Propheten Jakob sind. Und weil Jakob auch Israel genannt wird, wurden seine Kinder und die Kinder seiner Kinder bekannt als die Banu Israel, Man sagt, dass die Kinder von Israel zu dieser Zeit die besten Menschen waren, die auf der Welt gelebt haben. Der ungerechte Fir'aun hat nun als König von Ägypten entschieden, dass die Ägypter, also sein Volk, gut leben sollten und viele tolle Dinge haben dürfen. Aber die Banu Israel, die Kinder von Israel, die auch dort gelebt haben, denen soll es schlecht gehen. Sie sollen hart für Fir'aun arbeiten. Und sie dürfen nur die Arbeiten machen, die keiner sonst machen will. Und sie werden dafür gar nichts bekommen. Oder fast gar nichts. Einfach so hat er das entschieden. Weil er das so wollte. Aber die Banu Israel haben gewusst, dass sie eines Tages gerettet werden. Schon ihre Väter und Großväter haben erzählt, dass eines Tages ein Junge aus ihrem Volk kommen wird, mit dem Allah den bösen König von Ägypten vernichten und dann diese schreckliche Herrschaft endlich ein Ende haben wird. Man sagt, dass diese frohe Botschaft noch aus der Zeit von Ibrahim stammt. Also dass Allah den Propheten schon damals eingegeben hatte, dass das passieren wird. Aber als die Banu Israel darüber gesprochen haben, dass irgendwann dieser Tag ganz sicher kommen würde, haben das auch die Ägypter gehört. Und so haben auch sie angefangen, unter sich darüber zu sprechen. Die Banu Israel behaupten, dass Fir'aun irgendwann vernichtet werden wird. Und zwar von einem Jungen, der von den Banu Israel ist. Und irgendwann hat auch Fir'aun gehört, wie die Ägypter darüber gesprochen haben, was passieren wird. Und da wurde er wütend. Niemand wird mich vernichten. Und niemand wird von den Banu Israel kommen, der Kraft genug hat, mich zu besiegen. Ich bin doch der gewaltige König. Aber Fir'aun wollte trotzdem ganz sicher gehen. Er wollte sicher gehen, dass es niemals diesen Jungen aus Banu Israel geben wird. Und so hat er etwas sehr Böses und sehr Schreckliches entschieden. Er hat entschieden, dass alle Jungen, die im Volk von Banu Israel geboren werden, getötet und geschlachtet werden müssen und nur die Frauen überleben sollen, damit es bloß keinen Jungen geben kann, der ihn besiegt. Manche sagen auch, dass Fir'aun im Schlaf einen Traum hatte. Einen Traum, in dem er gesehen hat, dass ein Feuer aus der Richtung von Palästina kommt und dann ganz Ägypten, die Häuser Ägyptens und die Ägypter zerstört und nur die Banu Israel von dem Feuer nicht getroffen werden. Und als er die Leute um sich herum gefragt hat, was dieser Traum wohl bedeutet, haben sie ihm erklärt, dass es bedeutet, dass ein Junge aus Banu Israel geboren und wegen diesem Jungen das ägyptische Volk vernichtet werden wird. Und deswegen hat er befohlen, dass alle Jungen von Banu Israel getötet werden. Die Banu Israel hatten eine sehr harte und schwierige Zeit. Es war eine gewaltige Prüfung von Allah. Fir'aun hat sich sehr stark Mühe gegeben, dass auf keinen Fall auch nur ein einziger Junge von den Banu Israel überlebt, sodass er sogar befohlen hat, dass Leute von seinem Volk immer wieder bei den Banu Israel vorbeischauen und die schwangeren Frauen untersuchen, damit sie wissen, wann sie ihre Kinder bekommen werden. Wenn dann der Zeitpunkt der Geburt gekommen ist, haben sie wieder jemanden geschickt, der sofort nachschaut, ob es ein Junge ist. Und wenn es ein Junge war, haben sie ihn geschlachtet. Aber kleiner Muslim, niemand, auch nicht ein großer König, kann es jemals schaffen, etwas zu verhindern, was Allah schon entschieden hat. Erinnerst du dich daran, dass Allah vor sehr langer Zeit dem Qalam befohlen hat, alles aufzuschreiben, was passieren wird? Alles, was Allah entschieden hat, wird passieren. Und niemand, wirklich niemand, kann das jemals verhindern. Und so hatte Allah auch entschieden, dass dieser Junge von den Banu Israel, wegen dem der König von Ägypten vernichtet werden soll, überleben wird. Egal, wie stark Pharaon das Gegenteil versucht. Aber nicht nur das, der Herr der Welten, der tut, was er will, hat sogar entschieden, dass es Pharaon selbst sein wird, der diesen Jungen groß zieht. dieser Junge wird bei Pharaon aufwachsen, in seinem Haus, und er wird von Pharaons Essen und Trinken versorgt werden. Kleiner Muslim, wenn du erfahren möchtest, wie es dazu gekommen ist, dann sei doch beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das war's.